Was geht meine Freunde? Willkommen zu PlayUnknown's. Wer ist dieser L.A. Carabinier? Wer ist das? Stimmt's? Wollen wir rausspringen? Auf Ruinen oder auf School? Hm, keine Ahnung. Lass gucken. Äh. Hat irgendwas markiert? Oder, ja, dann da. Willst du irgendwas markieren? Was hast du jetzt markiert? Ja, Ruin. Ruin, da springen wir. Da gehen wir hin. Sag einfach jetzt. Und jetzt. Echt weit? Nein, wir gehen nach Gatava dann. Oder so. Ja, Gatava ist besser. Junge. Folg einfach Alex, Feuer. Macht's echt. Wer ist dieser L.A. Carabiner, Alter? Was ist das für ein Wichser? Noch welche oder so? Schieß den einfach kaputt. Hier, hier runter. Hier runter, Alex. Komm. Das sind zwei Leute. Ja. Guck mal jetzt. Wieder weg. Sehr schön. Einer ist noch hier. Zwei sind hier, zwei sind hier, ja. Mein Gott, das geht jetzt eigentlich ab hier, ey. Fuck, einer ist in dem Haus drin, glaube ich. Einer ist in dem Haus. Sasche, ich dachte, dir liegt eine Waffe. In welchem denn? In dem Haus, wo ich drin bin. Er muss da typen. Oh, Junge, du hast mich so erschreckt, Alter. Was musst du für ein Wichser? Ich sag's. Ja, hä? Einer schießt. Draußen. Junge, ich hab dir gesagt, ich hab doch gesagt, da ist einer drin und du gehst dann auch noch ein, Alter. Da ist einer. Der kommt. Lass auf den Haus gehen. Junge, ist das scheiße? Ich hab den umgebracht. Ist das ein Idiot? Der hat einen Shotgun. Haha, ist das ein Spasti? Haha, was ein Loser. Lass mich die Waffe nehmen. Kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Ey, du hast die Waffe mitgenommen. Das ist unser Mate, ey. Was ein Wichser. Das ist nicht unser Mate. Markiert, also geil. Habt ihr ne Waffe, wenigstens? Ich hab ne Vector, ja. Oh, ich hab keine Waffe, Alter. Ich dir auch nicht. Das ist so ein Spasti, der Typ, Alter. Der kann ja gar nichts. Ey, ich hab hier... Okay, ich hab ne Pistole. Wenigstens schon mal was, Alter. Fick dich. Wow, ne Pistole. Sau krank. Junge, wie schlecht muss man denn sein, dass man von nem Scheiß... Du hast geboxt gehabt, Alter. Du hast keine Reaktion. Ach, Scheiß, hier geht doch nicht. Ach, die neuen Millimeter brauche ich ja gar nicht. Und außerdem, das laggt hier beim Server, glaube ich. Immer, das ist immer verzögert. Ey, Leute, Leute, im Norden ist jemand im Haus, gelbes. Im gelben Haus. Das ist aus Norden. Okay. Genau vor mir. Hucksack. Pass auf, da ist einer. Bin ich in mein Haus. Ist der in mein Haus drin. Urgucke, ne. Irgendjemand. Ja, links. Wie vielleicht, man. Bei Fire, bei Fire als andere. Wie viel sind das? Aus Joker, geh mal. Ja, toll, fickt euch alle ins Knie. Versuchen sie. Wie war das? Einer. Super. Ich war alleine. Warum gehst du doch alleine rein? Du weißt doch, wo wir sind. Ey, schließt überall die Türmeine rausgeht oder reingeht. Ich töte den Netz. Toll, super. Junge, du Wichser, Alter. Wohing, warum geht denn die? Na. Hey, der, der ist low. Der ist low. Hilf mir mal. Schnell. Ja. Wie viel habe ich denn abgezogen? Was ist denn, Kopf, Rache? Ja, weißt du. Okay, Le Carabiner ist tot. Da ist noch einer scheinbar beim Haus. Geh da auch einfach. Da ist einer drin, ja. Geh da auch einfach drauf, Alex. Wenn du den nicht schaffst, dann hast du es eh nicht verdient zu gewinnen. Nee. Geh da einfach jetzt drauf. Ist ja kacke, egal, wir hatten eh eine scheiß Runde, weil die auch wieder reinlacken mussten und da zu dritt dahin kommen. Also Leute, schöner Part wieder. Warum? Wenn man, wenn man, äh, wenn der jetzt noch schnell stirbt, also wenn Alex jetzt noch schnell stirbt, dann können wir sogar noch eine Runde machen. Ja, noch lauter, Alex. Ja, der weiß doch, der ist da oben. Easy. Ist gleich da rechts, glaube ich. Das ist noch nicht tot. Guck mal, wie er schimmelt, Alter. Blatt nach. Digga, ist der am schimmeln, Alter. Guck mal, wie der rumcampt. Der liegt, glaube ich. Nee, dann würde das stehen. Hurensohn! Ey, Junge, ich schwöre, Mann. Ey. Ey, so, Leute, das war's auf jeden Fall. Tschüss. Oh, das war's. Aber wer war denn auch unser Teammate, Alter? Wer ist das? Vogel. Hey, da ist ja gar nicht drin. Ich check's nicht, wie ist der in unser Team reingekommen. Hack, also hat er gereckt. Nein, man kann nur, man kann nur, ähm, also, 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 Duo und dann Squad, also Solo, Duo und Squad machen. Und Squad ist ja mit vier. Deswegen, und wenn wir drei, wenn wir drei sind, dann wird einer alten Random sein. Ach so, das ist ein Random. Habe ich dir noch vorhin schon erzählt. So. Ja, gut, dann haben wir einen Random, oder? Ja, ist gut. Dann soll er wenigstens gut sein. Voll, Alkan. Am besten noch ein YouTuber. Hand of Blood. Kermin, let's play. Ach, die suchen dann wahrscheinlich in Squad. Deine Hand und Amos. Ja, okay, macht jetzt ready. Habe ich schon. Habe ich. Ach, die Einzelnen suchen dann einfach nach Squad, oder was? Amkommind so witzig, nur weil ich gedacht habe, der ist mit seinem... Spielst du Solo für so ein Teil? Machst du so witzig, das ist so? Bei zwei Leuten spielst du Duo und bei drei, äh, bei vier Leuten spielst du Squad. Aber ich habe jetzt, ich habe heute, ich habe gerade übelst Lust auf Player Announce. Ich könnte sogar mehrere Parts noch machen. Hätte ich voll Lust. Ich weiß nicht, wie ihr so seid. Ja, ich bin... Nur, das ist manchmal voll dumm, ey, wie die Schlucken der Typ bekommt vier Shots in eine Fresse, weißt du? Habt ihr auch Lust auf mehrere Parts Player Announce noch? Hä? Der Schluck... Wie wird's krank der Typ, Mann? Ja, ob ihr danach noch Lust habt, noch auf mehrere Parts einfach. Feier? Alex? Ja? Feier lag, glaube ich, oder? Oder leck ich? Nein, Feier lag. Flugzeug? Feier? Hey, guck, wir sind zu dritt. Äh... Oh mein Gott. Wo wollen wir rausspringen? Warte, Feier lag gerade. Lass uns mal durchfliegen. Was ist denn los, Feier? Äh, sag einfach jetzt, wenn wir raus sollen. Äh... Äh... Wir sind gerade runter. Weil hier haben wir nämlich noch Häuser, dann können wir da vielleicht noch ein bisschen was looten. Das war nämlich nicht so mit den ganzen anderen Leuten. Ich nehme nämlich keine großen Städte, weil das ist dumm, wenn man große Städte nimmt. Mann, hier ist ja auch einer, Alter. Solche Wichser, da sind zwei Leute. Die sind überall? Ja, siehste, die kommen da hin. Was ist denn das für Lachs-Scheiße, Mann? Die sind da zu zweit. Lass die gleich umbringen. Lass die wegboxen. Ja, die sind schon da drunten. Die sind da beim Haus. Ja, da ist er schon, der Wichser. Den töd ich jetzt. Komm her, du Wichser, Alter! Komm, boxe ihn. Der eine ist low. Einen habe ich. Hol die Waffen. Ich habe den einen schon mal im Visier. Ich verfolge den die ganze Zeit. Ich habe den im Visier. Oh, dann hau nur ab, du kleiner Wichser, Alter. Joker, ich habe eine Waffe. Sauber. Ich habe den einen verscheucht. Der ist da hinten irgendwo abgehauen. Jetzt zu dir. Ja, drop mal, schnell. Okay, warte. Eine Shotgun und eine. Was für eine Munition hast du mir gedroppt? Die Munition ist gar nicht die Munition. Ich habe keine Munition für die Waffe. Was bringt mir die Waffe? So, warte. Mann, lass mich da durch. Ich habe keine Munition für die Waffe. Was bringt mir das, Feuer? Hä, ich habe doch da was hingedroppt. Das ist die Munition, nicht für die Mikro-U-Zieh, Mann. Bitte, helf. Ich kriege da immer dran, Fabi. Was für eine Munition ist. Ich habe schon mal eine Revolver. Mach, ja, sauber. Na, der da oben liegt, ist tot. Ja, ja, den habe ich geholt gehabt. Ja, den einen habe ich auch noch verscheucht. So ein Huren, alter, ganz im Ernst. Der ist so blöd. Der wurde verscheucht. Was sagst du dazu? Der wurde verscheucht. Er wurde einfach so verscheucht. Tschüss. Ah, hier, jetzt habe ich. Siehst du, jetzt habe ich das. So, hier ist eine Treppe, die geht nach oben. Gucken wir mal, was er hier so haben. So, ich will lieber die Revolver. Ja, gar nichts suchen. Ja, okay, wir müssen jetzt gleich langsam laufen, ne? Deswegen. Hier ist auch noch ein Revolver. Sonst ist hier nichts. So, diese... Diese Munition, die da Fire gedroppt hat, die brauche ich halt nicht. Habe ich jetzt weggeschmissen. Das tat es gerade an mir gehört, wie ein Motorrad. In welche Richtung müssen wir überhaupt? Da, lau. Bullets of Cocktail. Da, lau. Warum gibt es hier keine Autos, alter? Hm, äh, 44, äh, 45er Dingens. Alles. Ja, okay, mit Z lege ich mich auch hin. Ja, lass schon mal weiter, oder? Ja, komm. Warte mal, ich setze mal kurz einen Punkt zur Mitte. Da müssen wir hin. Seht ihr das auf der Karte? Hier. Warte, wir müssen zusammenlaufen, ne? Da hinten ist so ein Häuschen. Wenn ihr... Äh, ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr jemanden seht oder... Also, wen solltet und er schießt, sagt immer die Zahl oben. Oder wo er ist, zum Beispiel... Zwischen 330 und 345. Dann wissen wir das. Jetzt keine Weste, ne? Ach, die Revolver hat gar keine Erweiterung, oder was? Nicht, ne. Also, es ist schlecht. Naja, egal, lass weiter. Fertig. Oh, dann ruckst du. Ich hab einen Molotow-Cocktail, ja. Wir können gleich ein paar Leute anzünden. Ist das ein Auto? Gut, wenn wir jetzt mit Auto fahren. Ich weiß nicht, ich benutze nie ein Auto. Warte, ich guck mal kurz hier. Wo ist ein Auto? Da hinten ist doch eins, oder? Ne, das ist ein Kasten, nicht? Doch, das ist ein Auto. Drin. Polizei Weste Stufe 1. Ich, ich nehm das. Oder hast du das schon? Hab ich schon genommen. Ich hatte nämlich noch keine. Oh, danke. Und? Äh, Norden? Ist da jemand? Ne. Hä, da ist doch jemand! Oder bin ich bescheuert? Oh, das ist ein scheiß Busch, Alter. Warum sehen die hier genauso aus? WTF, ey. Warum sehen die Büsche genauso aus wie Gegner? Ohne Witz. Es ist voll lächerlich. Müsstens 2,300, ne? Erstmal hier vorne. Lass da erstmal den Haus-Häuser da looten. Da vorne ist Pharma-Bilds Haus. Läuft man nicht immer so geradeaus oder so, sondern immer so. Komm, Pharma-Bilds. Pharma-Bilds. Ne, ich glaub nicht, die Türen sind zu. Wir machen jetzt wieder... Ja, aber das ist ja normal. Viele schließen die Türen, damit man hört, ob da jemand reinkommt von den Seiten. Ja, komm, da wird keiner sein, Alter. Los, los, los. Zugriff, Kastenstahl. Schalldämpfer. Ich nehm die Pistole, äh. Guck mal, hier ist ja gar nichts drin. Oh, Junge, du erschreckst mich jedes Mal aufs Neue, Mann. Hätte dich schon wieder fast abgeballert. Geile Sache. Ich glaub, du bist halt immer da, wo ich hin will. Hier ist ne Sichel, brauch ich mal ne Sichel? Ne, ich glaub, die Sichel ist sogar scheiße, glaub ich. Weil die sehen das dadurch irgendwo, wenn du dich in Deckung stust. Also, wenn du hinter der Wand bist, dann sehen die das und die können das, glaub ich, abschießen oder so. Da hab ich auch nur ne Machete dabei. Ja, weg. Auto, Auto, Auto. Auto, Rad. Komm nur her, du Wichser. Richtung. Der ist weg. Na, da hat er nochmal Glück gehabt. Da ist wirklich nichts drin. Auto. Da ist 20 Auto. Versteck dich, Fire. Wir sind. Fuck. Wo ist der genau, Mann? Ich hab den ausgenockt. Hey, mich hat jemand ausgenockt. Ich hab aber einen Kill gemacht. Da ist noch einer. Fuck. Mit firma. Komm mal her. Einer kommt rein. Einer ist bei dir rein. Was, eine Mistgeburt. Ich hab den noch gehitzet. Nein, Mann. Ja, die waren zu fünft, Alter. Ich hab mal gemacht, ihr Scheiß-Tricks-Hohlen-Söhne-Gegner. Ihr laggt mal wieder rein. Ich hab den Headshot gegeben fünfmal, aber er stirbt natürlich nicht. Ja, ich hab den eigentlich auch gar nicht mal so schlecht gelesen. Nee, ich hab gezielt, dann ist er ausgestiegen. Ich hab den direkt Headshot, Alter, Jan. Und ich konnte hier nicht mal was machen, weil die ganze Zeit so sich bewegt haben, dass ich nichts machen konnte. So, also Leute, das war's auf jeden Fall von Players. Tschüss. Morgen ist nix mehr. Tschüss. Tschüss.